Der Bereich Markierungen lässt sich ebenfalls in verschiedenen Ansichten darstellen. Sehen Sie, wie einfach Markierungen vergeben werden können und wie Gesichter und Orte in diesem Bereich wiedergespiegelt werden. In diesem Bereich markiert liegen all unsere Fotos, denen wir eine Flagge verpasst haben, sozusagen. Das sind Fotos, die wir vielleicht als unsere besten Fotos empfinden. Das können Fotos sein, die wir weitergeben möchten. Nur die Fotos möchten wir zum Beispiel drucken. Der Vorteil ist, dass wir auf einen Blick all unsere besten Bilder haben. Ob wir die jetzt markieren, weil sie die besten sind, ob wir sie markieren, weil wir sie weitergeben möchten. Es wird die gesamte Datenbank durchsucht. Wenn wir mal in ein Projekt gehen, ich gehe mal in das Porträtprojekt, dann kann ich ganz einfach hier rüber über die rechte Ecke die Markierung treffen. Wenn ich wieder zurückgehe auf Markiert, wird es mir automatisch hier aktualisiert. Ich gehe mal auf Indien und natürlich können wir auch Videos markieren. Ich gehe wieder zurück zu Markiert. Ich zoome hier mal raus und habe hier also auch mein Video. Wir haben die gleichen Ansichten, die wir auch innerhalb unserer Projekte und Objekte haben, wie die geteilte Darstellung, den Viewer. Wir können sogar Gesichter einblenden lassen. Und dann sehen wir sogar ein Bild. Im Unterschied zu den Gesichtern allgemein habe ich also hier jetzt nur ein Bild auf der Pinnband. Wenn ich hier mal reingehe, sehe ich auch wirklich nur ein Bild von Tom. Das ist nämlich das Bild, was markiert ist. Also man bekommt auch unter dem Bereich Markiert wieder die Möglichkeit, nach Gesichtern zu suchen, die diese Markierung haben. Wenn ich nämlich auf das Normale markiert gehe, sehe ich, dass ich ja viel mehr angelegt habe, dass ich auch im Bereich Tom viel, viel mehr Bilder bereits mit dem Namen hinterlegt habe. Ich gehe wieder zurück zu Markiert und in meine Orteansicht. Auch die Orteansicht bekomme ich hier angezeigt. Und wenn ich das Ganze mal aktiviere, sehe ich nämlich, dass diese Bilder, die die GPS-Daten aufweisen, ebenfalls die Markierung zeigen. Jetzt könnte ich natürlich von hier aus diese markierten Bilder ebenfalls mit GPS-Daten versehen, indem ich das Ganze einfach auf die Karte ziehe. Also man sieht, dass alles mit allem spricht. Das heißt, obwohl ich jetzt hier innerhalb dem Bereich Markiert bin, kann ich trotzdem meine GPS-Daten hinzufügen. Ich kann hier meine Namen hinzufügen, beziehungsweise die Gesichter anzeigen lassen, die markiert sind. Und natürlich jederzeit in meinen Browser zurückkehren, um eine Gesamtübersicht all meiner markierten Bilder zu bekommen. Um das Ganze wieder zu demarkieren, in dem Sinne, einfach hier rechts oben hinklicken und schon verschwindet die Flagge und ich habe wieder aussortiert. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020